In diesem Video führt uns unsere Reise in das malerische Fischerdorf Gretziel und weiter zu Ottos Leuchtturm nach Pilsum. Gretziel ist ein Ortsteil der Gemeinde Krummhörn im Landkreis Aurich in Ostfriesland. Gretziel hat eine über 650-jährige Geschichte. Der Ort wird im Jahr 1388 das erste Mal urkundlich erwähnt. In Gretziel ist die größte Kutterflotte Ostfrieslands zu finden. Im malerischen Hafen legen regelmäßig 25 Krabbenkutter an. Der Hauptfang sind Nordseekrabben, aber auch Plattfische, Schollen und Seezungen. 1991 wurde die Schleuse Leihseel in Betrieb genommen. Dadurch ist der Gretzieler Hafen tideunabhängig. Vom Hafen aus können täglich Rundfahrten auf einem Krabbenkutter gebucht werden. Während der Fahrt erhält man Erklärungen zum Fischen und zum Wattenmeer. Außerdem gibt es auch ein Fahrgastschiff, das bis zum Naturschutzgebiet Leihörn fährt. In Gretziel gibt es bei den Zwillingsmühlen auch einen Bootsverleih. Hier können Tretboote, Kajaks, Kanus und Ruderboote angemietet werden. Der Yachthafen liegt nur wenige Minuten vom historischen Ortskern entfernt. Hier ist der Yachtclub Gretziel ansässig. Durch den Ortskern zieht sich dieses idyllische Gewässer. Die Gretzieler Zwillingsmühlen sind das Wahrzeichen von Gretziel. Es handelt sich um zwei Holländer Windmühlen. Sie stehen im Abstand von etwa 130 Metern direkt am Ortseingang. In der östlichen Windmühle werden auch heute noch Futtermittel aus Gerste, Hafer und Weizen hergestellt. Im Erdgeschoss befindet sich der Mühlenladen. Die Gretzieler Kirche entstand in zwei Bauabschnitten zwischen 1380 und 1410. Der Glockenturm aus Backstein steht wie bei vielen ostrisischen Kirchen abseits vom eigentlichen Kirchenbau. In Gretziel gibt es auch ein Trocken-Dock. Es ist beeindruckend, auch wenn es sich um einen Kutter handelt. So, und nun geht es weiter nach Pilsum. Der Pilsumer Leuchtturm ist elf Meter hoch und wurde Ende des 19. Jahrhunderts fertiggestellt. Sein gelb-roter Anstrich ist wie ein Markenzeichen und eines der bekanntesten Wahrzeichen aus Frieslands. Der Pilsumer Leuchtturm ist unweit von Gretziel entfernt im Ort Pilsum zu finden. Bekannt wurde der Turm besonders durch den Otto-Film Der Außerfriesische. In diesem Film dient der Leuchtturm Otto als Wohnung. Auch in Otto, der Katastrophen-Film, kommt der Leuchtturm vor. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch ein Abo oder einen Daumen da. Oder teile dieses Video mit deinen Freunden. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020